ja wie gesagt let's play live show freitags samstags immer 20 uhr und youtube channel einfach mal werbung in den chat schreiben ok dann seht ihr meinen youtube channel und alle weiteren infos okay so dann gehen wir weiter ach das war der wird der verknüppelt worden ist ne stimmt ja da müssen wir noch was ausschalten ich gucke noch mal eben ob hier was liegt gehen aber ethanol mein getränk für jeden abend so dann schauen wir mal folgen sie samuels tja wo ist er denn lang gegangen woher soll ich ihn wissen wo er lang gegangen ist die tür ist wieder offen denkt nee okay ich spiele auf normal auf normal das ist ja mittel finden sie samuels in der siedschen sinetics systems denke ich mal so android weisung einweisung prost zusammen mein gott let's play live show jetzt fast schon ein jahr im februar ist es ein jahr her let's play live show ist ja unglaublich gibt wie gesagt ein weihnachtsspecial und ein silvester special wird euch freuen silvester ist live ja und weihnachten wird es wahrscheinlich auf youtube was geben lasst euch überraschen neun auf keinen fall neun ach wisst ihr was das war ein toller ausblick äh x fleiss hi einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zur let's play live show ich hoffe habe den richtig ausgesprochen deinen namen ähm wir machen eine kleine pause eine kleine pipi und pupu pause für euch popcorn chips holt pause cola holt pause keine ahnung raucher pause wie auch immer und dann sehen wir uns gleich wieder in einer weiteren folge und ich hoffe ihr seid dann immer noch dabei also bis gleich tja pause vorbei so schnell kann es gehen ja nicht wundern dass ich nicht im bild bin gruselig so wir machen mal wieder das obligatorische begrüßen erstmal vielen dank für die werbung lieber ase 2013 so ich begrüße das mal alle zuschauer hallo abc 22 22 äh adams adams xerzer 777 hoffe ich richtig ausgesprochen aden croft hallo hallo atze 2013 hallo chileas bro hallo dackel 12 hallo iragon 1979 hallo evildream 79 hallo fipsi 1988 hallo frank ruf in 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 ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen oder frank ruf in frank ruf ich glaube schon hallo gut auch 78 hallo hsv fan ich grüße dich schön dass du da bist biggest fan ever sag ich nur x fleiß hallo klang kaspar hallo morbit ethics ethics ja neongreen rt hallo rc trump rc trump hallo rollwitz hallo salgrim hallo chili 19 hallo tt taucher tt taucher hallo vladibus und hallo destiny rex rex oder reaper destiny x reaper destiny oder x destiny x reaper ich hoffe ich habe alle richtig ausgesprochen ich begrüße euch natürlich alle zuletzt für die live show schön dass ihr alle alle da seid jetzt natürlich einige wieder gegangen so und jetzt komme ich auch wieder ein bild natürlich für die jetzt rauchen ist natürlich jetzt doof wenn ich jetzt nicht mehr rauchen post zusammen ich habe auch gerade kein bedürfnis bin ich ganz ehrlich wohl normalerweise immer wenn jemand wenn man sagt man trinkt ein wenig alkohol dann hat man doch das bedürfnis zu trinken zu rauchen zu trinken brust aber ich momentan nicht so dann schauen wir mal wo wir jetzt hinkommen sieht ein bisschen aus wie einer waschstraße störung super was sagen sie nichts nur noch mehr schrott auf dieser station der kaputt geht das übliche nieder 28 10 ich grüße dich willkommen zu let's play live show schön dass du eingeschaltet hast so was kann ich denn jetzt hier tun runterspringen nö ich kann oh ich kann sogar nicht runterspringen lalalalalala ich kann sogar moonwalk schaut mal hochklettern wie hochklettern hochklettern und grüßen ich nur irgendwas passiert Haben wir jetzt Leben verloren? Schnell, 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 schnell. Boah. Was, was? Was kann ich denn da machen? Runterspringen? Okay. Und jetzt? Äh. Ich schneide gerade gar nichts. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube zur anderen Seite. Glaube ich zumindest. Los, 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 los. Boah. Boah, Alter. Alter. Puh. Puh, das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Das ist so, äh... Es ist besser als Colonial Marines. Ähm... Heads Fighter. Ich grüße dich erstmal. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ähm... Es ist kein Ego-Shooter. Es ist ein reines Survival-Horror-Game. Ja. Es ist sehr geil von der Atmosphäre. Ja, es macht eine Menge Spaß, hier das Ganze alles zu erkunden. Du kannst alles erkunden. Also dieses Raumschiff ist riesengroß. Du kannst auch wieder zu Bereiche zurückgehen, wo du am Anfang gewesen bist. Oder beziehungsweise musst du vielleicht nochmal wieder zurückgehen, weil du Gegenstände erst später im Spiel bekommst. Also das Spiel ist sehr, sehr geil, was Atmosphäre und... Wenn du die Filme kennst und sagst, ich will endlich mal ein Alien-Spiel haben, was mich wirklich an das Spiel erinnert, dann... Hol's dir, leg's dir zu. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Na? Ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen. Ansonsten leist dir vielleicht erstmal aus der Videothek aus, teste es an. Und wenn du sagst, ja, dann hol's dir. Weil der Speicherstand bleibt ja bestehen. Du kannst ja dann an der Stelle weiterspielen, wenn du es dir gekauft hast. Äh. Ist wie Outlast. Ja, auf jeden Fall. Also Outlast kommt schon nah dran. Ja, definitiv. Ja, so Outlast-mäßig oder Daylight, so, so, Slender. So diese Richtung ist es auf jeden Fall. Und ich hab schon lange kein Spiel mehr erlebt, wie gesagt, wo man beim Speichern Angst haben muss zu speichern. Weil es könnte sein, dass man während des Speicher-Prozesses stirbt. Äh. Wo müssen wir denn langen? Da müssen wir hin. Ich werde trotzdem erstmal nochmal da hinten schauen. Sorry, ich muss jetzt los, auf Party. Viel Spaß euch noch. Ja, Fipsi, viel Spaß auf der Party. Grüß mal ganz lieb, unbekannterweise. Du kannst ja auf der Party sagen, schaltet mal den Stream ein über den Fernseher. Das wäre natürlich supi. Da könnten nämlich alle sehen. Oh, hier ist ein Schacht. Wo kommen wir denn hier hin? Schauen wir mal. Entschuldigung. Oh. Äh. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich hab doch so viele Sachen hier. Wir haben hier so einen Geräuschmacher gefunden. Wann kommen Aliens? Aliens kommt zufällig. Jedes Mal, wenn du das Spiel neu spielst, das Alien kommt immer zufällig. Du darfst nicht viel rennen oder du darfst so gut wie gar nicht rennen, darfst nicht laut sein. Du kannst sogar deine Kamera aktivieren, dass du deine Kopfbewegung, je nachdem, ob du irgendwo drüber gucken möchtest. Ähm. Oder du kannst Mikrofon anmachen, dass du zum Beispiel, dass die Gegner dich hören und sowas alles, kannst du alles einschalten. Dass zum Beispiel, ich dürfte zum Beispiel jetzt gar nicht reden, wenn da hinten ein Gegner, der hört mich dann. Ja, aber ich hab's ja natürlich abgeschaltet, weil ich ja mit euch mich unterhalten möchte. Ja, klar. Und sag mal wieder Bescheid, wir haben wieder Minecraft-Zocks. Okay. Müssen Tunnel ja weiterbauen. Ja, genau. Müssen wir auf jeden Fall. Viel Spaß heute Abend, wie gesagt, auf deiner Party. Bross zusammen. Trink für mich einen mit. So. Dann schauen wir mal. Aber wir kommen schon mal weiter im Spiel. Das ist schon mal viel wert. Höh! Höh! Was? Gewick! 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 Alter, gewick! Okay, der bleibt da, glaube ich, sitzen. Glaube ich zumindest. Oder auch... Öh! Oder auch nicht! Alter, alter, ah! Ah! Hallo! Ich hab keine Mun... Wieso lädt der denn nur eine Munition nach? Ist der denn bescheuert? Oh, gewick! 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 Wieso lädt die denn nur eine Munition? Wieso lädt die nur eine Patrone nach? Ist die doof? Du sollst mehr nachladen. Mit der Nummer 1 Woh, woh, woh! Woh, woh, woh! Lack, 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 lack! Ich werde nicht hysterisch, ich werde gleich, Alter, ich werde gleich brutal, ich werde gleich brutal. Ich schau dir gleich ins Gesicht hier mit meinen, ja toll, super, na toll. Das Spiel ist übel, gestern hat mich der Sound und äh, wegen einer, was? Achso, wegen einer neuen Nachricht verraten, ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wenn man dann die Sound-Einstellung hat, aber Gott sei Dank haben wir hier gespeichert, also wie gesagt, dieses, dieses, äh, das ist halt kein Shooter, ne, das darf man nicht, kann man da auch so dran vorbeigehen, ohne dass die wach werden, geht das auch? Ja, das geht auch, okay. Aber wie kommen wir an der Kamera vorbei? Äh, schnell, geh weg, 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 geh weg. Okay, die sind nicht aufgestanden, das ist schon mal gut. Okay, können wir in den Schacht rein? Pssst, ganz leise, Komponente B, pssst. Okay, Dreiecklänge halten, dann lädt sie komplett nach, okay, gut zu wissen, vielen Dank für den Tipp. Wir haben auch noch den Flammenwerfer im Bau noch. Ja, mal die Kamera abschalten. Boah, Alter, Alter, Kamera, so, Kamera, deaktiv, ah, Moment, Quatsch, was mach ich denn da? Wir können ja, glaub ich, die Räume wechseln, ne, oder? Nee, anscheinend nicht. Ist da einer wach geworden? Hallo? Hallo? Schön schlafen, ihr Androiden. Bleibt schön schlafen. Keiner tut euch was. Geh hier drunter. Du sollst hier drunter gehen. Wieso geht ihr nicht unter den Tisch? Oh nein, der steht auf. Nein, der steht auf. Nein, der steht auf. Oh, der hat uns nicht gehört. Gott. Höh, ist ja noch mehr. Alter, geht weg, wie viele Androiden hier sind. Geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg. Oh, ist das spannend. Oh, ist das spannend. Oh. Feuerlöscher könnte ich auch gut gebrauchen. Ja, Flexi, was soll ich denn für dich trin- äh, trinken? Ähm. Wie wär's mit nem Kippen morgen mit Cola? Wär super. Trink mal für mich mit. Kippen morgen Cola ist immer gut. Kippen morgen Cola ist immer supi. Aber ganz leise. Trink den für mich ganz leise. Pssst, pssst. Schön schlafen. Schön weiterschlafen. Ja, ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, fuck. Nein, fuck. Alter, scheiße. Scheiße. Fuck, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Alter, scheiße. Brenn du. Scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, du stinkst, geh weg, du stinkst, geh weg, du stinkst. Oh, geh doch weg, du stinkst, geh doch weg, du stinkst. Geh doch weg, du stinkst. Geh doch weg, du stinkst. Du stinkst. Nasser Hund. Scheiße. Wir werden sterben. Prost zusammen. Okay, wird gemacht. Selfie mache ich dann auch. Ja, okay, das ist super. Kannst du mir ja schicken dann. Let's play live show at freenet.de So. So, jetzt laden wir erstmal alles nach. Nein, 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 was? Schmeiß die scheiß Fackel weg. Meine Fresse. Jetzt bin ich aber sauer. So. Ja, Elektroschocker, ich weiß, ja. So, Flammenwehr, Elektroschocker. Ich wusste gar nicht, beim ersten Mal des Spiels wusste ich gar nicht, dass wir das nachladen müssen, den Elektroschocker. Ich hab Destiny, ja, hab ich auch. So, jetzt ganz leise. Pst. Jetzt nochmal auf ein neues. Pst, ganz leise. Probieren wir es nochmal auf die neue Art und Weise. Pst, ganz leise. Pst, ganz leise. Pst, 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 pst. Hier war ja sonst nichts, ne? Wo kommt man denn überhaupt hier hin? Komme ich denn hier weiter in den nächsten Raum, oder wo komme ich hier hin? Vielleicht kommen wir ja hier in den nächsten Raum. Schauen wir mal. Nimm mal eine Medizinspritze. Hast auch wieder recht. Dankeschön. Danke für den Tipp. Können wir wieder herstellen, eine neue? Wir haben ja genug Komponenten. Wir sind ja... Mein Gott, wir sind super ausgerüstet, wenn ich das sehe. Mein Gott, wir sind voll ausgerüstet. Ist ja unglaublich. Achso, mir ist übrigens heute aufgefallen, heute um... Wie viel Uhr war das denn? Um 18.30 Uhr circa rum. 18.30 Uhr, 19 Uhr. Es hat keiner Daylight gestreamt. Keiner. Ich hatte einfach meine Suche Daylight eingegeben. Ist unglaublich. Normalerweise, wenn ich dann Daylight gestreamt hätte, dann hätte ich, glaube ich... Was weiß ich, wie viele Zuschauer? Aber keiner hat... Oh, die Kamera geht hier unten durch. Oh, die Kamera... Oh, die Kamera geht unten durch. Oh, oh ja. Okay. Wir müssen sie also deaktivieren hier. Wo war denn... Wo ist denn hier der Schalter dafür? Äh... Hallo? Wo ist denn der... Ach, der ist da hinten, ne? Ach, Gottchen. Oh, geh, beweg dich, 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 beweg dich. Mach die Kamera erst mal aus, mach die Kamera erst mal aus. Die sieht dich nicht. Oh, danke für den Tipp. Servus, hi Joker. Servus miteinander. MMMMMMMMMMM. YES! Wenn du Lust und Zeit hast. Ja. Puh. Momentan, wie gesagt, spiele ich nicht viel Destiny, weil ich ja auch Let's Play nebenbei noch. Halt... The Evil Within. Also nicht böse sein, wenn ich auch die Freundschaftsanfrage nicht sofort alles annehme. Da ist einer drin. Ich seh ihn doch schon, hier John. Da läuft einer. Da läuft einer. Der läuft da hinten. Der steht da an der Scheibe. Der steht da an der Scheibe. Alter, diese Geräuschkulisse und ich hab die Kopfhörer auf volle Pulle. Alter, das ist so geil. Ihr müsst echt mal Kopfhörer aufsetzen am Fernseher, anschließend auf 30 Stellen oder 40. Der geht einfach nicht weg von der Scheibe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da komme ich eh nicht lang, glaube ich. Huch! 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 Hören Sie mir zu. Ich werde etwas drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Boah. Ich dachte, ich komme jetzt zu ihm. Was macht der denn da? Wienert der den Boden? Man weiß es nicht. Bodenputz? Kannst du doch zu mir kommen. Ich habe erst gestern gewienert. Boah, diese Geräuschkulisse, ne? Also so hätte ich mir gerne, also so auch von der Länge her, wünsche ich mir wirklich Outlast 2. Also von der Menge her, vom Inhalt und von den Rätseln und von der Storyline her, wünsche ich mir echt ein Outlast 2. Auch von der Soundkulisse her, bitte Outlast 2 so. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich muss den Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Äh, du, momentan streame ich keine Multiplayer-Spiele, Headfighter, äh, oder Hardestfighter, ähm, denn ich habe keine schnelle Internetleitung. So wie es aussieht, bekomme ich meine schnelle Internetleitung ab 1. November, beziehungsweise 3. November. 1. November ist der Feiertag, da, 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 da. Äh, ab 3. November, wenn alles gut geht, bekomme ich meine 150er Mbit-Leitung. Ja, momentan, äh, streame ich ja noch auf meiner 600-Kilobyte-Leitung, wo aber nur 4500 ankommt. Deswegen ist ja die Stream-Qualität so schlecht und deswegen entschuldige ich mich auch immer wieder dafür. Erstmal Prost zusammen, Prost HSV-Fan, der größte Fan ever. Denn dann wird es auch so sein, dass die ganzen, ich lade jetzt natürlich auch momentan auf YouTube, die Alien-Folgen hoch, die allerersten vom Stream, wo ich allererste Mal gestreamt habe. Die lade ich mir quasi von Twitch runter und lade sie dann quasi parallel dann wieder auf YouTube hoch. Die sind natürlich dann auch so verpixelt, wie ihr die auch gesehen habt. Aber wenn ich dann meine schnelle Leitung habt, dann werden die auch natürlich in HD gestreamt und natürlich dann auch auf HD landen auf YouTube. Und das wird natürlich sehr, sehr geil, auch für euch. Denn dann seht ihr mein verpickeltes Gesicht mal ganz klar. Wer will das sehen? Keiner, glaube ich. Lustiger Stream, direkt mal ein Follow gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Let's Play Live schon einfach mal Werbung eingeben. Da stehen alle Infos, auch über meinen YouTube-Channel. Werbung in den Chat schreiben und ihr seht alles. Viele glauben es gar nicht, aber es ist wirklich so. Jeden Freitag, jeden Samstag und die Let's Play Live Show. Ja, wir werden definitiv eine Jubiläumssendung haben hier im Stream. Denn im Februar nächstes Jahr wird die Let's Play Live Show schon ein Jahr alt. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, zwei, Entschuldigung. Ein Jahr alt, ja, auf jeden Fall. Ein Jahr alt wird die Let's Play Live Show. Unglaublich, aber wahr. Wie alt bist du denn? Ja, wie alt bin ich? Bitte jetzt, die ganzen Stammzuschauer, bitte jetzt nicht reinbrüllen, sondern, äh, bitte rätseln lassen. Ja, ich, ich freue mich immer, wenn die Leute dann immer rätselraten, wie alt ich bin. Ja, ihr dürft gerne mal raten, wie alt ich bin. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Was macht der da? 69 ist falsch, 27 ist auch falsch. Huh, was? 22 ist auch falsch. Hi, Döner, 202, ich grüße dich. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Der bitte Aufhebung aller Gefahren-Eindämmungsmaßnahmen. 14 ist auch verhüllt. Rippley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Tim ist zu strom. Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein, Amanda, Sie müssen... 28 ist nah dran. 25 ist falsch. 28 ist aber nah dran. Über 20 auf jeden Fall. Das rote Kabel... Oh Gott, woher soll ich denn... Oh je, oh je, woher soll ich denn wissen, wo das rote Kabel ist? Hier ist das rote Kabel. 50% sind die Kapazität. Lokalische Untersorgung außenhalb der Sicherheit. Wow, 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 28 ist richtig. Yeah, 8... Ne, Quatsch, 28, 29, Entschuldigung. 29 nieder, 29 ist richtig. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Blaues Kabel. Ich sehe es, aber wo geht es lang? 29 ist richtig. Jetzt habe ich mich schon beinahe ein Jahr jünger gemacht. Mein Gott, ich bin voll im Stress. Entschuldigung, ich kenne gerade nicht. Ich habe blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht um die Schaltpläne zugreifen. Apollo, mach das mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Herr Mjords. Wow. Was? Was ist da los, Ripply? Die Notfallbeleuchtung ist angesprochen. Ich kann die Kabelfahrt nicht erkennen. Sie müssen nicht... Ich darf nicht mehr kaikki. Oh.